Musik Letzter Check der Fahrräder für den Start zur vierten Etappe der Heimat NRW Tour 2009. Reparieren, reinigen und vermieten. Die Service-Station am Neusser Bahnhof ist ein Projekt der Caritas. Eine Chance für Langzeitarbeitslose zur Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt und für Jürgen Rüttgers ein überzeugendes Konzept. Von Neuss nimmt der Ministerpräsident die Bahn, die Regiobahn. Und er nimmt Platz im Führerhaus. Jürgen Rüttgers steuert selbst. Auf Gleisen im städtischen Besitz mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde nach Karst. Empfang in Orange vor dem Rathaus Karst. 22 CDU-Stadträte, 50 Prozent aller Sitze. Ein starker Ortsverband mit erfolgreicher Jugendarbeit. Grund genug für einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Und weiter geht die Heimat NRW Tour ins Niederrheinische Willig. Im Ortsteil Wekelin besuchen gut 150 Radfahrer das Familienzentrum Krumm. Eine Begegnungsstätte der Caritas und der Evangelischen Kirche. Krumm, komm rein und mach mit. Mehr als 60 ehrenamtliche Helfer betreuen hier Kinder und Familien aus der Region. Hier im Niederrhein, da sind viele, viele Leute engagiert. Ob das im Verein, im Musikverein ist, ob das bei den Maltesern ist. Ob das Leute sind, die in der Tafel Armen essen geben. Also das ist wirklich begeisternd zu sehen, wie viel ehrenamtliches Engagement es in Nordrhein-Westfalen gibt. Die Malteser in Willig helfen Kranken und alten Menschen. Vom Sanitätsdienst bis zum Besuchsprogramm. Und feiern können sie auch. Ausklang der vierten Etappe der Heimat NRW Tour. Auf der fünften und letzten Etappe der Heimat NRW Tour 2009 fährt Jürgen Rüttgers durch den Kreis Borken.